Auf dem Nebenplatz des Spatzakos Stadion soll das Heimspiel gegen Warno Papentorf vollzogen werden. Doch bevor es am Nachmittag losgehen sollte, war am Vormittag eine Platzbesichtigung und man entschied sich für Spielen. Und hier auch schon die Greifen beim Aufwärmen. Und winterliche Bedingungen und daher eine kleine Lotterie bei der Schuhwahl. Hier die Aufstellung an diesem Nachmittag. Ersatzgeschwächt, 5 Spieler fehlen. Vermisst besonders Kossiel und Martens im Mittelfeld. So mussten die Greifen. Ersatzgeschwächt, diese Partie absolvieren. Aber man war gewillt trotzdem. Diese drei Punkte einzufahren, um sich weiter fest im oberen Tabellendrittel zu beißen. Gerne hätte man wenigstens auf dem Heide-Sportplatz gespielt. Doch dort herrschte eine Eisdecke. Und daher dieser Platz unbespielbar. Und die erste Halbzeit läuft. Ein etwas ungewohntes Bild mit dem Schnee. Die Torgelor versuchten von Beginn an ein frühzeitiges Tor zu erzielen. Aber alle Angriffsversuche sollten zum Beginn scheitern. Hier ein Eckball der Papendorfer. Aber dann Endstation bei 3. Rude zieht ab, aber trifft den Ball nicht optimal. Endstation Gästekeeper von Papendorf Thiel spielt aus und weiter. Versucht zu flanken. Etwas zu lang geraten. Und kein Torgelor kommt ans Leder. Papendorf mit einem Versuch. Und dieser Schuss konnte von der bis hierher sicheren Abwehr der Torgelor abgefangen werden. Die Greifen im Ballbesitz. Und auch diese Möglichkeit blieb ungenutzt. Eckball! Und dann doch geklärt. Noch ein Eckball für die Gäste. Der aber nichts einbrachte. Ja, beide Mannschaften taten es schwer auf diesen schwer bespielbaren Boden. Und hier Freistoß für die Torgelor. Schon kurz vom Halbzeitpfiff. Der Torwart lässt abprallen. Gude kommt ans Leder. Tor aber dann entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Schade, schade und es blieb beim 0 zu 0. Und die Torgelor versuchten weiter am Drucker zu bleiben. Wollten noch vom Halbzeitpfiff die Führung erzielen. Und hier gefährlicher Schuss der Gäste. Und dann aber zur Halbzeit 0 zu 0 ein schwaches Spiegel von beiden Teams. Volker Bernstein, der Neuzugang, machte eine ordentliche Partie. Die Fans diskutierten, ob die Torgelor am heutigen Nachmittag noch ein Tor erzählen. Und er wird noch in Halbzeit 2 so einiges zu tun bekommen. Anstoß und jetzt zur zweiten Halbzeit ließ sich sogar die Sonne etwas blicken. Die Papendorfer jetzt im zweiten Durchgang noch defensiver eingestellt und hier Riesemöglichkeit für Thiel doch der Pferd zieht kläglich. Die Papendorfer jetzt noch defensiver eingestellt Schuss und hier konnte Dreier zeigen warum er ein guter Torwart ist. Bernstein mit einem hohen Ball. Leno rutscht weg und trifft das Leder nicht. Ja, Leno der gekommen war und etwas Schwung in den Tor gelohst oben brachte. Thiel und aber ein Papendorfer klärt zur Ecke. Und hier Albrecht warum zieht er nicht sofort ab und es hätte schon 1 0 gestanden. Papendorfer im Gegenzug und er zielt das 1 0 in der 69 Minute. Ach, da waren die Abwehrspieler nicht konzentriert bei der Sache. Und somit steht es leider 1 zu 0 für die Gäste. Gerade das wollte man verhindern, auf diesen schlechten Boden einen Rückstand hinterher zu laufen. Aber trotzdem versuchten die Greifen Dampf zu machen. Hier erst einmal Eckball. für den Gast und sicher abgefangen von Dreier. Bernstein mit einem Hinterhaltschuss, der aber abgeblockt wurde. Und weiter ging es. Die Torgler drückten jetzt, waren spielerisch überlegen, aber sprangen zu wenige gute Tormöglichkeiten heraus. Und die wenigen die man bis hierher hatte, wurden alle vergeben. Schon lange gab es kein Heimspiel mehr ohne einen Treffer. Der Torgler, lange ist das her. Hier, wunderbar gehalten, es blieb beim 1 zu 0 der Gäste. Leider, leider, verlor man. den Auftakt. Eine Woche später in Malchow kann man dann die drei Punkte sich zurück erkämpfen. Das hat leider, leider, wenn das die